Da waren eine Grube und ein Schuttberg daneben, die beiden Brüder darauf, Drogen und Fälle. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. In München klatschten sie den Ausländern Beifall. Bei diesen Bildern kam Tobias das Kotzen. Bei uns war Polizei gestern in der Schule. Echt? Es ist einer am Unterricht aufgestanden und hat gesagt, dass er Frau Reim umbringen will. Alter, was? Ich hab natürlich nichts gesagt, ich hab dem Direktor nichts gesagt, ich hab nur Klitschein nichts gesagt. Ich stand da nur drin. Ich weiß nichts. Ja, schon gut! Überall auf der Welt darf man stolz auf sein Land sein, aber in Deutschland ist es gut. Mich nervt diese ganze Scheiße hier. Alles geht vor die Runde. Als wär's nie anders geduld. Da hab ich auf einmal Lust draufzuschlagen. Mit der Faust, bis alles blutet. Bis was ist? Bis was ist? Bis was Sex ist? Wir sollen alle mal hier die Fresse halten.